Am wichtigsten sind die acht Karten für Marc Forstl für acht 17-jährige Mädchen und dann noch Maxi Schaffroth und solche Karten. Aber die acht Karten sind natürlich die wichtigsten, weil sonst kriege ich Auge mit den Mädels. Wie finden Sie das Line-Up dieses sehr generell? Super, toll, schön abwechslungsreich und alles dabei. Also wirklich klasse, was Sie da auf die Beine gestellt haben, das haben Sie mir immer erzählt. Würde irgendein viel fehlen. Die Gunst der Stunde muss man ja nutzen, gleich zu Anfang. Dann kann man auch sich planen, wie das Ganze ablaufen wird. Ich denke, das macht schon Sinn, anzustehen und so. Wie finden Sie das Line-Up dieses Jahr? Ja, ist okay. Also ich wohne erst seit dem vorigen Jahr hier und habe im vorigen Jahr schon mal ein bisschen Einblicke gehabt und habe dieses Mal die Gesamtgestaltung ein bisschen miterleben können. Das fand ich also sehr interessant und macht irgendwie neugierig. Konstantin Wecker. Ja, nachdem das über das Internet ein bisschen schwierig ist, erst acht Tage vorher, mache ich mir die Mühe, weil ich schon seit 30 Jahren Fan von ihm finde. Schon vom Kornhauskeller und so. Ja, ich glaube, das ist noch besser. Jetzt ein bisschen dauert. Ja, ich glaube, das ist noch besser. Ja, ich glaube, das ist noch besser. Ja, ich glaube, das ist noch besser. Ja, ich glaube, das ist noch besser.